Wir als Menschheitsfamilie, sage ich mal, wir sind eine große Familie, ein großer Organismus ist. Und wir hängen alle miteinander zusammen. Keiner kann vom anderen getrennt sein. Es ist ein Organismus, das ist der neue Begriff. Und dieser Organismus hat wie der menschliche Körper drei Glieder. Das eine ist die Politik, das Rechtsleben, dann die Wirtschaft und dann die Kultur und das Geistesleben. Und da sind wir jetzt bei dem Thema, das Sie ansprechen. Es muss die Politik in ihrem eigenen Kompetenzgebiet bleiben. Und da muss sie frei und unabhängig sein. Es muss die Wirtschaft in ihrem Kompetenzgebiet frei werden und auch nicht übergriffig werden. Und das Geistesleben, die Kultur muss frei werden und autonom. Das ist diese Wissenschaft der sozialen Dreigliederung. Und wenn ich jetzt von dieser jetzigen Krise spreche und das aus dieser Sozialwissenschaft anschaue, und wenn wir dann, ich sage immer, als Sozialmediziner rangehen, machen wir eine Diagnose. Wir machen eine Anamnese. Wir machen eine Diagnose und stellen fest, hoppla, diese Gesellschaft, dieser Organismus ist im Moment ziemlich heftig krank.